Mein Orientierungssinn ist sowas von scheiße besonders. Weil wir ständig in eine andere Richtung müssen. Scheiße. Alpaka. Jaaaaaah. Scheiß. Treck. Wie komme ich hier hoch? Okay, das nutzt mir nicht, ähm, dann suchen wir mal weiter den Polizist Wo ist der große Polizist nur versteckt? Hier nicht? Museum Wir müssen hier rein Aber wie? Ring, ein Ring, ein Ring Machen wir vielleicht weiter blöden Oma weiter Ah A 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 Ich bin immer höher. Ich bin immer höher. Noch höher. so dann gucken wir mal der donut ist das raumschiff wie geil mystery donuts seid ihr hier königin quantalina auf ihr schiff nein das war ja das wo geht es hier hin potzorientieren schau mal mit dir zum haumschiff so heilige scheiße oh scheiße was apologizing and she shot me yeah but to be fair she didn't understand the language so 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 Der Spinning Maelstrom von Eterne Aparquatude! Du? Du möchtest Spinning Maelstroms? Lieber, ich liebe Spiele. Ich finde, es ist Zeit, um ein bisschen zu leben, du kennst du? Ich denke, ich mache das. Lass uns gehen, Frau Secret Agent. Das ist eine... ...Humanin Frau? Lieber, du kannst mich Priscilla nennen. Priscilla... Priscilla... Oh Gott! Jetzt versuchen wir mal... Komm hoch, hoch, hoch! Mystery Shop? So... Ich möchte zum Lama... Äh, Alpaka... ...Horlein Alpaka-Wug... ...Hei... ... ... Oh, komm, du kleines Alpaka, komm mit. Funktioniert das nicht so? Scheiße, okay, nochmal die Hinweise. Hinweis 1, nutzt mir nichts. Dieser krasse Polizist, ich finde ihn nicht. Elliot wird aufgemuntert. Ah, das Lama spuckt der ins Gesicht. Ah, das Lama spuckt. Ah, das Lama spuckt. Ah, das Lama spuckt. Ah, das Lama spuckt. Vielleicht habe ich ja mit diesem Donut Ufo ne Chance. Feuerstation? Alles nicht. Ähm. Brauchen wir die ja. Mystery Donuts, ja. Daaaahhh. Ah. Muss hier um. Scheiße. Das Lama spuckt. 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 Und wenn Sie nicht, ich werde dich bedenken. Ich werde dich wirklich bedenken. der strahl der funktioniert irgendwie nicht so optimal die Scheiße! Was für ein langer Weg ist denn das? Das war ja mal ein extrem langer Weg. So. Aber... Ich weiß nicht weiter. Oh. Wartet mal. Ich bin komplett verwirrt. Jetzt geht es doch hier hinten weiter. Wer bist du? Oh. Okay. Oh. 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 bin komplett wer ist das jetzt hier doch das nein 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 ja ja ist ja gut jetzt so wer macht hier hula ho got you dr laser what's this an ally of captain hero pants possessing my mind and body that's right so let's walk to jail shall we so i'm not so easily manipulated with my temporal particle accelerator i can travel back in time pardon the fact that you'll never catch me okay er macht sein zeit hula hoop und wo landet er was soll ich komplett verwirrt oi 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 was sind munter elliot auf ja da hoch dann da rüber vielleicht kommen wir so irgendwie irgendwie kommen wir so irgendwie ins museum oh okay ich glaube wir haben es schon so mit Sicherheit schlafen der polizist oh ja so viele computer spiele gespielt schlafen ha oh ja oh ja so hallo Nehmt den Platz genau. Das klingt vielleicht verrückt. Normales Gespräch. So, lass Roland einschlafen. Gut, ich glaube, ich mache aber hier mal eine Pause. Ich sage tschüss und tschau bis zum nächsten Mal bei The Flipping Death oder Flipping Death? Ich weiß es nicht genau. Egal, tschüss, tschau.